Aber wir möchten Ihnen auch zeigen, wie wir das angehen, dass man auch mit Sportpferden so etwas durchführen kann, dass man mal eine kleine Abwechslung im täglichen Training mit einbauen kann, dass man mal Spaß haben kann mit den Pferden und nicht nur ans Training und an den nächsten Turniereinsatz denkt. Und wir sehen die beiden Pferde jetzt. Die große Fuchsstute wird gerettet von Carolin. Die ist meine Tochter, kommt aus Belum und Hannah kommt aus dem Rheinland. Die sitzt heute das erste Mal auf dem Wallach, ist extra eingeflogen, um uns hier so ein bisschen zu unterstützen, weil zwei Pferde sind immer interessanter. Jetzt sehen wir ja, aber jetzt sind Sie ja aktuell noch ganz, in Anführungsstrichen, normale gezäunt. Wie kommt das? Richtig. Also wir haben in der WBO 2018 quasi die gebisslose Zäumung mit aufgenommen, auch in den Wettbewerbsbereich hinein. Und wenn man anfängt damit, ist es natürlich schon ganz gut, wenn man erst die gewohnte Zäumung auch auf dem Pferd belässt. Es gibt andere, die fangen mit gebissloser Zäumung an, mit dem Training der Pferde, aber wir fangen immer mit der Trense an und von daher stellen wir dann um. Das macht durchaus für die Pferde dann auch Sinn, weil sie aus ihrer gewohnten Materie kommen. Und dann sehen wir ja auch, dann später für die gebisslose Zäumung gibt es ja auch schon wieder verschiedene Wege. Ich freue mich sehr, liebe Waltraud, ich überlasse dir jetzt mal komplett das Wort. Viel Spaß mit Waltraud Bünke. Vielen Dank. Ja, wir haben einmal den Halsring jetzt bei Hanna, den sie auch schon mit einsetzt. Und Carolin reitet mit Knotenhalfter. Wir haben in der WBO auch noch die Möglichkeit, dass mit Bosal geritten werden kann oder mit Zeitpull. Die drei beziehungsweise vier Zäumungen sind dafür vorgesehen, damit man sich darauf beschränkt. Und vor allen Dingen, was wir nicht mit einbezogen haben, sind irgendwelche Zäumungen, die mit einer Hebelwirkung einwirken. Wir wollten da wirklich die Pferde so hinarbeiten, dass sie zu einem natürlichen, ruhigen, gelassenen Bewegungsablauf sich entwickeln, dass sie leicht an den Hilfen der Reiterinnen sind, dass sie wirklich zufrieden auch mit ihren Pferden auf allen Wegen unterwegs sind. Wir sehen jetzt schon ganz gut, die beiden haben jetzt mit der Trabarbeit begonnen. Carolin reitet zunächst auch noch mal mit Trense, hat die Zügel vom Knotenhalfter mit in der Hand. Wie gesagt, das dient auch so ein bisschen der Vorbereitung, aber auch der Sicherheit in der Ausbildung. Die große Stute ist es nicht gewohnt, auf so eine Messe zu gehen, wo alles so eng ist. Und da hilft es doch durchaus, dass man sie erstmal so ein bisschen besser begleitet von der Einwirkung her und auch von der Hilfengebung her. Carolin wird nachher auch die Trense abbauen und dann nur mit Knotenhalfter reiten. Bei Hannah sehen wir jetzt, dass der Luigi sehr interessiert ist an seiner Umwelt, dass er aber trotzdem sehr gut bei der Reiterin ist, dass er sich überall hinsteuern lässt. Und wir legen jetzt erstmal Wert darauf, dass die beiden wirklich zur losgelassenen, zum entspannten Gehen kommen, dass sie dann auch anfangen, sich im Hals zu dehnen und dass sie sich überall und nachher auch in Hufschlagfiguren oder auch in Trälehindernissen reiten lassen. Wichtig ist, dass wir bei dem Reiten gebisslos auch mit dem Halfter oder Bosell oder mit dem Sidepull keine dauerhafte Anlehnung haben. Das ist der große Unterschied zum Reiten auf Trense. Wir bringen die Pferde nicht in einen Gesamtspannungsbogen hinein, sondern die Pferde müssen dabei lernen, sich selbstständig zu tragen, ihre Rückenmuskulatur auch wirklich mitarbeiten zu lassen, sodass sie dann auch in eine Dehnungshaltung hineingehen, sodass sie auch den Reiter sehr gut ausbalancieren können und mit dem Reiter zusammen in den verschiedenen Hufschlagfiguren arbeiten können. Wir können jetzt schon mal, so sehr gut mit Luigi auch, der geht jetzt auch in die Dehnungshaltung rein. Das ist auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Pferde auch zu einer inneren Losgelassenheit kommen. Das ist ganz wichtig, wenn man wirklich gut mit den Pferden zusammenarbeiten will, wenn man an neue Aufgaben hineingehen will. Es ist nicht nur die äußere Losgelassenheit, die muskuläre Losgelassenheit wichtig, sondern eben auch die innere Losgelassenheit. Wir werden jetzt mal im Schritt zunächst einmal beginnen, mit den Pferden schon mal hier an der langen Seite durch den Slalom zu reiten und achten dabei mal darauf, wie die beiden Reiterinnen dabei auf ihre Pferde einwirken. Wichtig ist dabei auch, dass ich nicht nur mit dem inneren Zügel quasi die Wendung reite, sondern dass ich wirklich auch im Sitz mich an die Hufschlaglinie, an diese gebogene Linie anpasse, dass ich da mit einer Drehung in der Hüfte und im Oberkörper mit einem begrenzenden äußeren Schenkel auch entsprechend die Linie für das Pferd vorgebe. Hanna setzt gleichzeitig auch den Halsring ein. Der Halsring wirkt natürlich immer auf die äußere Halsseite. So, Hanna, beim nächsten Mal reitest du ruhig, dass du dann wieder zurückkommst. Ich hatte eben das Gefühl, dass der Luigi so ein bisschen selber von der Linie abgewichen ist. Reite da auch konsequent weiter geradeaus. Denn das gehört auch mit dazu. Wir wollen mit der Hilfengebung auch einen sicheren Weg reiten können. Bei Carolin sieht man das sehr gut, auch von der Drehung im Oberkörper her. Und dann reitet sie geradeaus und dann leitet sie erst die Rechtswendung ein. So, Hanna jetzt auch schön geradeaus reiten. Sehr gut. Genau so. Es kommt auch, wie beim gesamten Reiten, auf die Kleinigkeiten in der Hilfengebung an. Nicht die großen Aktionen sind wichtig. Wir wechseln einmal die Hand. Sondern die Kleinigkeiten sind wichtig in der Einwirkung, in der Hilfengebung und dann natürlich auch in der konsequenten Umsetzung. Wenn man auf die Kleinigkeiten achtet, dann hat man Freude und Spaß mit seinem Pferd, weil man nicht immer diskutieren muss. Groß diskutieren muss, sondern weil man wirklich mit feinen Hilfen das Ganze entsprechend umsetzen kann. So, wir kommen Carolin noch einmal im Schritt. Und wenn du dann so weit bist, reitest du hinten hin und machst die Trennen so runter. So ist gut. Bei Hanna ist es so, sie reitet jetzt auch schon die ganze Zeit nur mit der Einwirkung des Halsringes. Es ist aber in der WBO, also in der Wettbewerbsordnung, wenn man entsprechend Prüfungen reitet, vorgesehen, dass immer ein Kopfstück mit Zügeln auch auf dem Pferd sein muss. Das kann die Trense sein. Das kann aber auch eine andere gebisslose Zäumung sein. Also wir wollen nicht nur mit dem Halsring unterwegs sein. Gerade wenn der Reiter noch nicht ganz so sicher ist, ist es wichtig, dass er quasi noch eine Einwirkungsmöglichkeit hat, mit der er dann auch entsprechend agieren kann. Denn jedes Pferd kann sich mal erschrecken, kann mal umdrehen, kann mal woanders hingehen. Und wenn man das auf Wettbewerben quasi veranstalten will, muss die Sicherheit immer oberste Priorität haben. Zu Hause in der eigenen Halle, auf dem eigenen Reitplatz, wenn der gut eingezäunt ist, hat man immer das Gefühl, man hat das Pferd wirklich hundertprozentig bei sich und hundertprozentig auch von der Einwirkung her, dass man sich verlassen kann. Wenn man dann aber in eine andere Umgebung geht, müssen beide das auch zusammen erst mal erarbeiten und lernen. Gut, dann würde ich sagen, trabt ihr beide gleich nochmal an und reitet erst noch einmal so außenrum, bevor ihr dann nochmal in diese Schlangenlinie reingeht. So, wir sehen jetzt sehr schön auch mit dem Halsring, wie das Pferd sich anbietet, immer wieder in die Dehnungshaltung hineinzugehen, immer wieder auch zufrieden, einen sehr zufriedenen Eindruck macht. Und von der Einwirkung her sieht man sehr gut bei Hanna jetzt, dass sie immer auf der äußeren Halsseite einwirkt und dass sie aber auch dabei wirklich nur im unteren Halsbereich auf das Pferd einwirkt, weil in dem Halsbereich wirkt sie auf die Muskulatur ein. Wenn man den Halsring zu weit oben einsetzen würde, dann wäre man im Kehlbereich, in dem knorkeligen Teil des Kehlbereiches und das wäre nicht gut. So ist schön. Sehr gut. So, wir wechseln noch einmal die Hand und dann würde ich sagen, reitet ihr noch einmal den Slalom und dann beginnen wir mal mit dem Reiten von Übergängen. Denn auch das gehört dazu. Man will ja die Gangart jederzeit auch an bestimmten Punkten wechseln können, genau wie im normalen Dressurmäßigen, Reiten auch. Sehr schön. Und wichtig ist auch vor allen Dingen, jetzt haben wir beispielhaftes Knotenhalfter auf dem Pferd, dass man keine dauerhafte Anlehnung hat mit dem Zügel, sondern dass man dann über Impulse auf die Pferdenase einwirkt, weil auf der Pferdenase ist keine Pufferung durch die Muskulatur wie beim Gebiss, sondern es wirkt direkt auf die Nase ein, auf das Nasenbein. So. Und umstellen. Ja. Okay. So, jetzt beginnen wir mal mit den Übergängen. So. Und dann wieder antraben. Dabei setzt man sich mehr in den Sattel rein, federt schön durch und vermittelt so dem Pferd das Durchparieren. Sehr schön bei Hannah zu sehen. Auch hier bewährt es sich, wenn Pferde sehr gut ausgebildet sind, wenn sie eine sehr gute Grundausbildung haben, eine vertrauensvolle Grundausbildung haben und dann aber auch eine weiterführende Ausbildung im Dressur-mäßigen Bereich, was die Grundlage ist für alle Tätigkeiten mit dem Pferd. Bei der Dressur- und Dressur-mäßigen Ausbildung kommt es nicht nur darauf an, dass man jetzt über Impulse etwas in dem Pferd abfragt, sondern dass die gesamte Muskulatur dabei auch mitarbeitet. gut, sehr schön, Hannah. Okay, dann denke ich, können wir auch den Galopp schon mal mit einbeziehen. So, im Galopp schön weich mitschwingen. So, auch hier nicht zu hoch den Halsring, Hannah, gut. Schön mitfedern. Wir sehen jetzt, die große Stute ist gerade so ein bisschen aufgeregter, lässt sich so ein bisschen ablenken auch durch andere Geräusche und Caroline muss da immer wieder sehen, dass sie immer wieder zum Nachgeben kommt. So, und auch da, anhalten, einmal wieder zur Ruhe bringen das Pferd, einmal entspannt rückwärts treten lassen, auch das gehört mit zur Grunderziehung des Pferdes dazu. So, ist gut. Denn die Aufmerksamkeit des Pferdes, das ist das Wichtigste, muss immer beim Reiter bleiben. So, Hannah bleibt mal im Schritt, Carolin galoppiert nochmal. Und dann gibt es quasi in der Wettbewerbsordnung verschiedene Varianten von Wettbewerben. Wir haben einmal auch die Dressur-mäßige Aufgabe, wo eine Reihenfolge von Lektionen abgefragt wird und wir haben dann auch Trail-Aufgaben und Geschicklichkeitsaufgaben. Wir haben jetzt aus dem Trail quasi nur ein paar Variationen hier aufgestellt. Man kann natürlich auch noch ganz viele andere Sachen dazu bringen. Man kann auch eine Brücke mit dazu machen. Man kann auch mit einem Tor arbeiten. Man kann eine Side-Pass-Stange mit reinnehmen. Wir haben aber, da wir diese Pferde eben in der Vorbereitung haben, noch nicht die ganz schweren Hindernisse mit aufgebaut, sondern erstmal möchten wir Ihnen zeigen, wie wir dahin arbeiten. So, Carolin kann jetzt mal im Schritt hier in dieses Dreieck rein. Und zwar erst, wenn du von oben kommst, Carolin, erst die Rechtswolte, dann hier links eine Kehrtwolte und dann nochmal rechts eine Wolte um die andere Pylone. Da wird abgefragt, dass das Pferd auf kleinem Kreis im Schritt, später kann man das natürlich auch im Trab machen oder im Galopp machen, aber mit dem jungen Pferd auf jeden Fall erstmal im Schritt. reizt so in der Mitte rein und dann erst um die rechte Pylone eine Rechtswolte. So, da kann man dann schon mal erkennen, wie gut das Pferd sich auch auf kleineren Kreislinien in kleineren Wendungen lenken und leiten lässt. Jetzt eine Kehrtwolte. und dann um die rechte Pylone eine Komplettwolte und dann wieder nach oben rausreiten. Hannah macht es auch gleich. Wir sehen hier gut, dass Carolin immer wieder den Impuls gibt für die Wendung, aber dann auch immer wieder zum Nachgeben kommt. Das Pferd hat auch eine große Bewegung, einen großen Bewegungsablauf, von daher ist es dann natürlich auch immer etwas schwieriger. So, wir sind jetzt bei Hannah. Hannah dreht sich auch in der Hüfte, schön mitdrehen. So, rechtswolte um die rechte Pylone. Sehr gut. So, ist gut. Gut. Dann kommen wir mal von der, wechseln wir mal durch die ganze Bahn und dann macht ihr das nochmal von rechts, kommt ihr von hier schräg und dann auch die rechte Pylone zuerst. So, dass man immer wieder verschiedene Aufgaben an das Pferd stellt, dass man nicht hundertmal das Gleiche hintereinander übt und dann so eine gewisse Grundroutine da sich einschleicht, sondern dass man immer wieder Variabelaufgaben macht, um auch für das Pferd das Ganze ein bisschen spannender, ein bisschen interessanter zu machen. So. Gut. Genau. Jetzt links rum, genau. So ein bisschen drehen, dabei den inneren Schenkel nicht randrücken ans Pferd, sondern mit dem inneren Schenkel quasi etwas Luft geben, damit das Pferd auch in die Richtung gehen kann. Das ist hierbei ganz wichtig. Ja. Wir sehen ganz gut den Unterschied bei den beiden Pferden. Der eine hat eine praktische Bewegung, die nicht so groß ist vom Bewegungsablauf und hier bei der großen Stute haben wir auch einen sehr großen Bewegungsablauf. Das heißt, der Raumgriff ist schon sehr gut, aber das birgt natürlich dann auch gewisse Anforderungen an den Reiter. Er muss sehr genau auf den Bewegungsablauf des Pferdes achten, damit er das auch so ökonomisch umsetzen kann von der Hilfengebung her, dass er das Pferd nicht stört, sondern dass er das Pferd auch wirklich begleitet und dann entsprechend die Hilfengebung einsetzt, in dem Moment, wo das Pferd sich auch vom Boden ab, den Fuß vom Boden wegnimmt. So, jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine andere Übung und zwar hier in das Viereck rein. Da reitet, Carolin reitet rein und hält und reitet erstmal rückwärts raus. Auch das als begrenzenden Faktor für das Sichtfeld des Pferdes ist es da ganz gut und für das Pferd durchaus auch gut nachzuvollziehen, dass es aus dieser Parkbox raus rückwärts geht, weil vorne eine Grenze ist. Man kann das Ganze auch mit Stangen aufbauen, das geht natürlich auch und dann aus dieser Gasse wieder raus. Oh, Hannah probiert das auch mal. Aus der Gasse wieder raus und dann ganz normal im Vorwärts wieder weitergehen. So. Langsam, langsam, genau. Nicht zu schnell die Hilfengebung. So, ist gut. Genau. So, ist gut. Ja. Gut so. Das machen wir ruhig nochmal. Bei Hannah konnte man sehr deutlich auch die Impulse sehen, die sie an das Pferd herangegeben hat über den Halsring. Wenn die Feinabstimmung, wenn sie das Pferd jetzt öfter reiten würde, die Feinabstimmung wäre nachher so, dass man es fast gar nicht mehr sieht. Das wäre optimal. Aber jetzt zur Präsentation ist es natürlich auch sehr gut, wenn man es so sehen kann, wie fein sie es eingesetzt hat und wie gut das Pferd dann auch darauf reagiert hat. So, ist gut. So, ist gut. Auch hier bei Caroline haben wir gut gesehen. Für das Pferd ist es schwierig jetzt, nach hinten rückwärts gegen das Geräusch. Da war sie ein bisschen abgelenkt, aber sie hat es sehr gehorsam umgesetzt, das Rückwärtstreten, auch über feine Impulse. Nicht zu weit zurück den Schenkel, nicht zu weit zurück den Schenkel. So, und ruhig, nicht zu schnell. So. Ruhig. So, ist gut. Jawohl, genau. Und dann zum Halten kommen. Okay. Das war gut, dass du da konsequent noch ein, zwei Schritte gemacht hast. Er wollte ja zu früh schon nach vorne wieder weg. Das war absolut richtig. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal, du kannst galoppieren, geht so, ne? mit Carolin nochmal zur Galopparbeit. Hanna bleibt noch im Schritt. Und, dass Carolin dann selbstständig ihr Pferd reitet, in den Übergängen, zunächst einmal so im Galopp und dann vermehrt in die Übergänge hineinarbeiten, dass das Pferd dann reagiert. So, ist gut. Ja, so ist schön. So. Und die Kandira hat Spaß, die ist so ein bisschen aufmerksam noch ihrer Umwelt gegenüber. Das kann man super gut am Ohrenspiel sehen. Das kann man auch sehr gut sehen, dass sie den Kopf immer mal so ein bisschen nach oben raushebt, da hinten mal so ein bisschen weiter hinguckt. Aber das ist, findet Carolin auch gut. Da hat sie auch Spaß dran. So ist gut. So, und dann kannst du auch gleich mal durch die ganze Bahn wechseln, mit einem Übergang auch über den Trab. So, ist schön. Gut, so. Und wir sehen sehr gut, wie losgelassen die Stute danach im Trab sofort wieder weitergeht. So ist es brav. So, ist gut. Gut. So, prima. Sie versucht auch immer so ein bisschen in die Stellung reinzuarbeiten mit der Kandira. Aber das ist im Moment so auch die Erarbeitung. Denn wie gesagt, sie ist noch jung. Sie ist am Anfang ihrer Ausbildung. Wichtig ist dabei, dass sie gut mitarbeitet, dass sie losgelassen bleibt, dass sie alle Anforderungen auch annimmt. So ist gut. Sehr schön der Übergang. Sie sehen dann auch gleich wieder die, dass das Pferd in die Dehnungshaltung hineinkommt. Sehr gut. So, dass sie sich dann auch wieder problemlos aufnehmen lässt. So, sehr gut im Angaloppieren. Ohne, dass sie im Angaloppieren davon eilt. Der Galopp als solches ist jetzt sehr groß, sehr raumgreifend vom Ablauf her. Aber das ist noch pferdetypisch. Das wird sich im Verlauf der Ausbildung dann noch verbessern. Da wird sie dann auch noch gesetzter galoppieren können. Auch von der Länge ihres Galoppsprungs variabler zu reiten sein. Aber im Moment ist es wirklich so, dass wir sie so, wie sie ihre Grundgaloppade anbietet, erst mal galoppieren lassen, dass sie dabei an den Hilfen ist, dass sie sich lenken und leiten lässt, dass sie die Richtung annimmt, dass sie das Grundtempo annimmt, ohne sich in irgendeiner Form festzumachen oder davon eilen zu wollen. So, jetzt wechselst du gleich nochmal die Hand auch. So, sehr schön, der Übergang ganz fließend, wirklich durch den Körper durch. So, immer wieder das Anbieten der Dehnungshaltung, das Annehmen der Dehnungshaltung von beiden Seiten. Wenn das Pferd nicht bemüht ist, in die Dehnungshaltung zu gehen, dann hat der Reiter es auch schwer, sie zu erreichen. Aber das hat wirklich auch was mit innerer und äußerer Losgelassenheit zu tun. Obwohl die Candira schon abgelenkt ist in allen Bereichen, ist sie trotzdem sehr auf die Reiterin fokussiert und das macht dann das Gesamtbild auch aus. So, wir sehen aber auch, dass ein elastischer, unabhängiger Sitz wichtig ist für das gebisslose Reiten, dass der losgelassene Sitz natürlich auch viel geschmeidiger auf das Pferd einwirken kann, egal ob ich nun einen sehr raumgreifenden Bewegungsablauf habe oder einen praktischen Bewegungsablauf. Das gehört alles zusammen. Der fließende Übergang dann auch in den Galopp hinein. Sehr schön. Und jetzt wird die Stute auch schon ein bisschen ruhiger, kommt ein bisschen mehr, dass sie sich auch treiben lässt. Und sobald man mehr zum Treiben kommt, wird der Galoppsprung automatisch auch so ein bisschen geschlossener, so ein bisschen kürzer. Und das ist dann das Ziel auch, dass man nicht von vorne nach hinten das Pferd kurz macht, indem man den Zügel so annimmt, dass das Pferd gar nicht vorwärts galoppieren kann, sondern dass ich dem Pferd immer wieder anbiete, in Balance zu gehen, in Balance zu galoppieren, sich selber zu tragen, sehr gut, so, und dann du kannst noch einmal, du versuchst noch mal so einen Übergang, der war eben fast zum Schritt, aber dass du es dann ganz zum Schritt hinkriegst. gucken, ob das so auf Anhieb klappt, wie gesagt, das ist dann auch immer eine Sache der Konzentration des Pferdes, aber sie ist jetzt so weit, dass man das auch gut mit annehmen kann, so, da kommt es aufs richtige Timing an, auf das Gefühl für das Pferd, wann ist sie bereit, auch den Übergang zu machen und dann wird es kein perfekter Übergang sein, ganz zum Schritt, so, der war noch so ein bisschen auslaufend, aber das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, wo das Pferd dann hinkommt, wir haben jetzt gesehen, das prompte Angaloppieren aus dem Schritt heraus und das war super, ja, sehr gut, ich so, und wir sehen jetzt auch das Kauen der Stute, auch ohne Gebiss, das Kauen und Lecken, was man auf Trense nicht zu intensiv haben will, da sollen sie nicht die Zunge raus strecken und vor allen Dingen nicht dauerhaft, aber wenn sie mit Halfter geritten wird oder auch gerade bei den jungen Pferden in der Bodenarbeit oder auch im Anfang der Ausbildung kann man das sehr gut sehen, wenn Pferde mit sich und der Welt zufrieden sind, dann kauen und lecken sie auch, weil sie losgelassen sind, zufrieden sind und das ist immer ein Zeichen dafür, was man auch deuten kann und was dann ganz automatisch durch das Pferd auch ausgeführt wird. So, jetzt bleibt Caroline mal im Schritt und Hanna wird auch so ein bisschen Galopp Arbeit zeigen. So, okay, so, das war ein bisschen ruhiger, Hanna, erst ein bisschen ruhiger den Trab und ganz ruhig vom Angaloppieren her, ja, nicht zu viel mit dem Schenkel machen, nicht oben den Halsring, so, nur so ein bisschen die Drehung aus der Hüfte heraus über den inneren, über das innere Sitzbein quasi den Galopp auslösen, probiere es gleich nochmal, so, das war viel besser, der ist sehr fein in der Umsetzung der Hilfengebung, Hanna macht das sehr gut und wie gesagt, die sind heute das erste Mal zusammen, der geht bei uns auch als Lehrpferd und von daher ist das eine tolle Kombination, sehr gut, ja, da konnte man sehr gut sehen, dass Hanna sich wirklich darauf eingelassen hat, so, mit ganz feiner Einwirkung da den Galopp auszulösen, bleib mal, oder wechseln mal einmal die Hand, genau, so, und jetzt nochmal, so, super, das war auch sehr gut, so, und jetzt bleibst du so ein bisschen mit den treibenden Hilfen dran, so ein bisschen mehr in der Hüfte nach vorne den Sattel mit auswischen wollen, dass du nicht hinten hängen bleibst in der Hüfte, dass du so ein bisschen mehr durchfederst, jawohl, dann kannst du den aus der Körperspannung heraus erhalten, ohne viel Schenkeldruck, so ist richtig, so, nochmal, das Angaloppieren, erst vorbereiten, genau, sehr gut, so, richtig, guck mal, ob du auf den Zirkel abwenden kannst, so, 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 ein bisschen mitschwingen, mitschwingen, so, noch ein bisschen, jawohl, jetzt gehst hier mal einmal zirkeln, ja, richtig, richtig, gut reagiert, aber da sieht man auch die Schwierigkeit, nur mit dem Halsring zu reiten und deswegen ist es wirklich auch sinnvoll, in der Ausbildungsphase und auch grundsätzlich auf anderen Plätzen einen Trensenzaum dabei zu haben, so ist richtig, genau, es kommt wirklich auf, die Körperdrehung des Reiters an, wo das Pferd hingeht und wir haben eben gesehen, Luigi dachte, es geht gerade aus, hat er auch gleich einen fliegenden Wechsel mit angeboten, so, jetzt reizt du, bleib noch mal ganze Bahn, halt den Galopp schön ruhig, treib aber trotzdem ein bisschen weiter dabei, so aus der Körperspannung heraus, ja, genau, bewegt dich trotzdem, bewegt dich dabei, ja, und jetzt wechselst du mal durch die ganze Bahn und lässt ihn mal einmal umspringen, nicht viel machen, so, sehr gut, gut, so, jetzt bleibst du so im Galopp, weiter, weiter so sitzen, schön mit Federn, mit Federn in der Mittelpositur, macht nichts, einmal noch, so, reizen noch mal durch die ganze Bahn, nee, bleib, so, ist gut, gut, sehr schön, so, da kann man wirklich auch sehen, dass man aus der Körperdrehung, aus der Körperpositionierung quasi das Pferd auch lenken kann, dass man dann auch die fliegenden Wechsel reiten kann, aber da gehört eine gute, umfassende Grundausbildung dazu des Pferdes, so, bleib mal im Trab und reite jetzt noch mal ein paar Übergänge, Trab Schritt und dann nachher auch Trab halten, ja, so, fühl dich rein ins Pferd, so, ist gut, jawohl, wichtig ist, dass das Antraben auch auf wirklich minimale Hilfen entstehen kann, gut so, und dass man das Pferd wirklich nur so viel treibt, wie man auch vorwärts reiten möchte, man hat ja nichts als Gegenpol, was das Tempo des Pferdes dann wirklich verringert, sondern man muss sich darauf einlassen, die Hilfengebung so einzusetzen, und das Pferd muss gelernt haben, sich treiben zu lassen, ja, sehr gut, Lob, du kannst auch mal eine Minute stehen bleiben, nicht nur Trab halten vorwärts, wir wollen gerade nicht die ganze Aktivität des Hinterbeins erarbeiten, sondern wir wollen die Gelassenheit, Losgelassenheit des Pferdes erarbeiten, so ist es gut, dazu gehört es auch, dass das Pferd mal die Chance hat, auch mal auszuatmen, mal stehen zu bleiben und dann erst wieder vorwärts geritten wird, mach es nochmal und vor allen Dingen, wenn das Pferd dann auch sehr gut steht, nämlich geschlossen auf allen vier Beinen steht, das ist ja auch das Ziel, das ist auch das Ziel im gebisslosen Reiten, dass man da die Grundsätze der dressurmäßigen Ausbildung beibehält, so ist gut, schön so geschlossen, stehen lassen, warte noch, lass ihn eben, danke schön, ja, Luigi kann das gut ab und die andere kann es lernen, den Applaus und dann reitest du erst wieder los, so ist es gut, sehr gut, so, nochmal Zirkel, so, und dann würde ich sagen, reitest du mal, stell den mal ein bisschen zur Seite, reitest du mal in das Viereck rein und hältst da drin an, kommst du von oben, von der kurzen Seite auf der Viertellinie, so ist gut, bereitest das Pferd so ein bisschen vor und halt, so ist gut, sehr gut, am Anfang ist diese Übung, so wie wir sie vorhin im Schritt gemacht haben, durchaus auch sehr hilfreich, um das nachher so umzusetzen, wie wir es an der langen Seite gemacht haben, auch nochmal rückwärts, langsam rückwärts, so, zurück, 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 so ist gut, stopp, stopp, immer mit der Ruhe, warten, warten gehört dazu, müssen das Treiben und das Vorwärtsgehen des Pferdes gut einteilen, so ist es richtig, so und jetzt reizt du meinen Schritt los und galoppierst mal an, aus dem Schritt, rechte Hand und aus dem Schritt mal angaloppieren, so ist gut, richtig, so, genau, und jetzt reizt du nochmal in das Viereck ein und parierst dadurch zum, so ist gut, und halt, gut, hat er noch einen fliegenden Wechsel vorher angeboten, und er hat auch die Lücke gesucht, aber wir haben es beide sehr gut hingekriegt, er steht wieder geschlossen, das ist das Wichtigste, dass er ein bisschen schräg steht, ist dem fliegenden Wechsel zu verdanken, das ist alles überhaupt nicht schlimm, denn das Pferd hat es gehorsam und sehr willig mitgemacht, okay, nochmal, jetzt machen wir es anders, jetzt drehst du dich mal in diesem Viereck, nicht rückwärts, nicht so weit vorne, so, ist gut, langsam, 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 so, in der Ruhe liegt die Kraft, gut, so ist es richtig, reizt du nochmal raus, und Caroline reitet jetzt nochmal in das Viereck rein und macht da auch eine Wendung, Gucken, die kann, wie du es hinkriegst, ganz im Schritt rein reiten. so ist gut, 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 genau, hier kommt es darauf an, dass wir mal die Vorhand ein bisschen bewegen, dann auch mal die Hinterhand ein bisschen bewegen, so ist es richtig, denn wir haben das Viereck jetzt für die Pferde ein bisschen größer aufgebaut, man kann sie nachher noch enger aufbauen, dass die Pferde einfach auch lernen, auf die Schenkeleinwirkung und auch natürlich auf die Zügeleinwirkung jeweils die entsprechende Partie des Körpers zu bewegen, nämlich mal die Vorhand und auch mal die Hinterhand. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir eine ganz gute Kurzkehrtwendung machen im Moment oder eine tolle Vorhandwendung, sondern auf die Reaktion des Pferdes sich auf engstem Raum auch wenden zu lassen. So, und dann sehen wir, so ist schön, so, genau, da draußen kommen jetzt gerade neue Pferde an, das ist ein bisschen abgelenkt, gut, aber nichtsdestotrotz geht es dann so wieder weiter, sehr gut, gut, dann können wir auch noch ein bisschen die Pferde mal seitwärts treten lassen, ganz bewusst an der Seite, Hannah hat es eben schon mal ausprobiert. So, richtig, genau, das erst mal, Viereck vergrößern, das ist das, was die Fünfjährige jetzt auch schon mit anbietet und auch schon ganz gut umsetzen kann, so, und Viereck vergrößern, nach rechts, richtig, okay, und da kommt es dann wirklich auf die gute Koordination der Hilfengebung an, sowohl der verhaltenen Einwirkung in dem Falle, wie auch der Schenkeleinwirkung und der Einwirkung aus der Körperposition heraus, gut so, gut so, und wichtig ist immer wieder den Zügel lockerlassen dabei, das kann man sehr gut sehen, okay, Hannah kann das noch mal im Trab machen, Hannah kann mit dem, das vielleicht auch hinkriegen, so eine Traversale mal anzusetzen, da müsstest du dann aber vielleicht auch aussitzen, ja, von oben, genau, so, ein bisschen einwirken, ein bisschen verhalten, so, jawohl, jawohl, ein bisschen rechten Schenkel, rechten Schenkel, ja, gut so, jawohl, kommst noch mal, wendest aber auf der Mittellinie ab, dann hast du es noch ein bisschen einfacher auch, so, ein bisschen verhalten und seitwärts, jawohl, sehr gut, okay, gut, noch mal nach zur anderen Seite auch, Karolin kommt auch, ja, gut, gut, jawohl, sehen wir, dass Luigi sich ganz viel Mühe gibt und Hannah die Einwirkung gut umsetzt und auch richtig anbringt, sodass er sie auch gut verstehen kann und Karolin kann das auch schon so ein bisschen ansatzweise im Trab, ja, das ist richtig, jawohl, gut, gut, gut qué, gut, gut,